so guten morgen willkommen zurück zur swarm simulator das spiel auf den sich alle schon gefreut haben so in den zwei tagen es war zwei tage echt zwei million greater queens acht trillion nester ja es ist absurd welche werte das hat kann ich mir schon einen größeren nexus bauen nein warum nicht mir fehlen narven und fleisch okay jetzt machen wir erstmal hier so ein paar upgrades für die 20 minuten die jetzt spielen kann also wir wollen erst mal upgrades glaube ich kaufen ja definitiv damit hier die lave produktion was ein bisschen vorwärts geht so davon haben wir jetzt alle upgrades dann also 50 expansions at once zwei tage bis zum nächsten ok was mich zur nächsten frage bringen können wir die schon nein die können wir nicht mehr abgeräten aber das ist schon in ordnung wo ich eben sechs und das ist auch gleich ein und dann mal hier auch nicht die davon muss hier noch 100 händchen das habe ich ja ganz vergessen ich sollte vielleicht erst zu spät egal kann ich davon eine million war so eine million krieg dann gerade so hin wir wollen ja mehr archiv mensch ne so viel will ich nicht ehrlich gesagt haben 20.000 machen wir mal 15.000 wir wollen ja nicht zu viel geld ausgeben dies muss ja jetzt wirklich nicht sein so million davon davon ja auch die million voll sehr gut mal ein paar archiv mensch ich sollte erst das hier kaufen ich vollpfosten gut dass ich sowas nicht vergesse ich habe immerhin ein dingsbums gedächtnis so kriege ich davon auch noch da kriege ich keine million voll ok aber schon dabei sind die kommen jetzt nicht ich kann gleich noch mehr davon kaufen sehr schön gut jetzt wollen wir hier glaube ich auch noch ein paar upgrades kaufen ja ja doch so ein oder zwei stück wollen wir auch mal kaufen wir können es uns ja leisten jetzt so jetzt kümmern sie mal 900 millionen leisten kaufen wir gleich mal und dann gleich noch ein upgrade kaufen erst mal ein bisschen einkaufen ach idiot moment moment kann das und das geht noch einmal scheiße ich hätte erst davor noch welche kaufen sollen fuk dann hätte ich mir nämlich das upgrade kaufen können ja naja zu spät ich könnte jetzt noch mal ne geht das ich weiß nicht ob es geht eine million ja komm komm ja zehn millionen haben wir auch ja scheiß drauf das brauche ich zwar nicht mehr aber ich kaufe das gerne weil upgrades muss man einfach kaufen egal wir haben 900 millionen davon das ist das sollte doch das heißt es wird eingeschränkt egal nexus 36.000 können wir gleich mal einen time bomb machen wir haben die zeit die energie wie auch immer eine blieb was will ich denn mit einer billion hallo so jetzt aber ja da könnte ich ja auch schon billionen haben naja das ist mir nicht zu kommen kommen wir mal ein paar mehr lohnt sich ja sonst nicht werden wir hier noch ein bisschen ja komm dann noch mal ein paar milionchen ist jetzt da aus läuft gut das machen wir dann sobald mal hier das machst du mal das hier ne was kostet denn hier der spaß 4.000 ja komm 4.000 nehmen wir mit nehmen wir 4.000 mit ähm werde ich den nexus heute noch erreichen wahrscheinlich nicht ähm ist doch eher unwahrscheinlich dass das passieren wird aber wo passieren wird ne das wird auch noch ist noch zu teuer dies kostet noch zu viel dann machen wir dann nochmal drüber können wir noch mehr upgrades kaufen guck auf upgrades und ich denke die aufnahme heute wird nicht so lange dauern aber ich könnte hier die millionen voll machen machen die millionen voll ich glaube ich mach die millionen voll dann kriegt man noch ein schönes archiv wenn das plus bringt so oh du sei borrow äh das hatten wir schon ne ne moment hatte ich das schon was hatten wir schon ne das hatten wir noch nie oder hatten wir schon goons cannot fly on their own but insidious metal to construct power flying exoskeletts and trusses geist skleadrealists they like speech sheets too ich verstehe die anspielung immer noch nicht ähm aber wo anspielung ich wollte noch was abgreifen ne ein paar millionen können wir schon mal machen ne die geht grad noch so naja das können wir jetzt mal hier schließen mal so ich sollte bei näherüberlegung auch mal sieht nicht mhm sehr gut ähm das wollte ich nun noch erhöhen ne auf ich glaub tausend wollte ich dann machen sieben oder sieben ja so 50% danach lohnt sich das nicht mehr so wirklich äh steigt das? nein das steigt auch nicht linear an war ja klar machen wir davon mal auf hundert wie viel kann ich jetzt maximal sagen? 58.000 dann mach ich da auch tausend ach guck mach mal auch tausend ich spiel das eh nicht so oft da ja so bis zur hälfte kann man das machen würde ich sagen die Christe hebe ich mir auf für später so jetzt habe ich maximal 140.000 ja das passt das kann man anbieten so hier habe ich wieder mal 106 1.000.000 ich hätte natürlich erst machen naja ne hätte ich nicht weil geht nicht arm dumm wenn wir schon dabei sind Timework aber dann braucht das 10 Stunden ja ich brauche mehr Miet ich habe schon gemerkt aber hey kriegen wir doch hin hier nochmal 8.000 nochmal 2,5 Billionen hat es ja kostet ja nix ich bin hatten wir da schon hi am CESA Rockshop achso ja richtig das war das das finde ich lustig großartig wahrscheinlich der einzige der das überhaupt je sieht weil sich kein Spanniselsplay anguckt 9 Stunden 44 Minuten viel Energie produziere ich inzwischen überhaupt 0,6 die Sekunde das ist ja fast schon erwähnt aber nur fast so Upgrades laufen noch mal gleich gucken ob ich noch irgendwo Archivans bekomme machen wir noch 15.000 mehr was werden denn so die nächsten Archivments ich brauche nicht mehr Love und Wunder Expansions 10 Billionen Grater Queens ja das kriege ich hin Millionen Hives das wird schwierig ja hier wurden es jetzt schon die Quadrillionen das könnte dauern da hätte ich die 1 Billion Goons das könnte ich vielleicht noch kriege ich das noch ne ich glaube nicht ne 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 ich glaube das wird nix das ist voll in zwei Tagen 10 Stunden ok kein Ding nicht ähm noch die 5.000 bitte das ist gleich Rettich sehr gut 10 Billionen Großer Queens sehr gut das machen wir mal hier 8.18 mal nicht so viel müssen ja wenig sparsam sein so was wollte ich jetzt noch tun da hatte ich die auf das Upgrade warten der Kumpel dann mal raus es dauert halt wieder zwei Tage bis es voll ist aber wein wein hätte das früher bei uns natürlich jetzt mehr Energie und dann mhm naja Details 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 so hier noch und dann dein Bock nützlichste Fähigkeit die man in das Spiel glaube ich da ein paar Billionchen mehr ach ja da können wir machen das 7.000 man hat es ja man wollen ja nicht so viel sparen das ist ja auch nichts soll ich am falschen Ende sparen apropos kann ich ne 1.000.000 brauche ich jetzt ach ist doch zum kotzen egal wir haben Energie gesammelt da kann man auch schon mal hier so ausgeben wie viele Harfen die komme ich überhaupt ne 111.000 die Sekunde das ist ja so nicht so beeindruckend okay ähm noch mal 7.000 ja ja lass uns das mal so tun wir mal so als wüssten nicht was ich tue ja 9.000.000 das ist na na ach die Klonmenge ist ein bisschen äh äh gut oder das Spiel ist einfach nur falsch dass wir die fetten Pro-Techniken rausdeuern alles gibt es bestimmt richtig viele so jetzt möchte ich gerne mal das hier kaufen und dann so das sind wir ja schon knapp eine Million die Sekunde da tut sich fast schon was na na die Hive Queen werde ich wohl nicht erreichen so gute Gelegenheit um die Time Warp zu benutzen ich suche mal noch ein Upgrade äh ich brauche mehr Upgrades apropos Upgrade ähm wann kann ich das denn au 9 Sekunden 7 ist das schon das ist schon Stufe 6 naja die sind ja noch weil ich Stufe 4 also die sind echt noch für Stufe 4 ähm brüht das mal und dann wenn wir schon dabei sind bringen wir die mal alle auf Stufe 5 kann ich mir davon schon was kaufen nein Swarmlink 2 äh kommt irgendwas Neues ne das ist dann so wie gehen die Namen aus machen wir einfach eine 2 dran das passt schon so das nächste Empfordern dauert nur noch 3,36 Billionen Jahre ähm ich würde sagen so lange mache ich das Let's Play auch dann passt das schon hier muss ich noch ein paar Tausende hatchen bis ich die Million voll habe aber das geht noch das kriegen wir vielleicht heute noch hin das wird toll hier noch ein paar Billionen hier ja muss man noch 4.000 gucken wollen wir mal nicht zu viel machen also so kann ich hier schon die Handküffel noch ein paar Tafeln man hat's ja ne ich kann das nicht aber hey 64 fast schon so viel bauen wie die 120.000 von denen ich aber noch mehr brauche ich brauche noch mehr ne das ist noch zu früh zum upgraden auch wenn es schön wäre apropos upgrades haben wir da noch irgendwas günstiges ne boah hier das ab schon dabei sind das auch noch ach komm jetzt machen wir das auch so da braten wir noch mal sinnfreie Zeug auch wenn ich die upgrade jetzt nicht mehr brauche und sie nichts bringen aber hey hauptsache man hat sie mal mitgenommen das hat zwar keinen sinn und keinen verstand und keinen zweck und nix aber details so wie dann müsste ich jetzt warten 16 stunden ja alles klar ich produziere noch zu langsam ich habe noch zu wenig Larven sonst geht es doch nicht nehmt nehmt 8000 mit ich könnte das noch wie viel produziere ich jetzt überhaupt 1,3 millionen nehmt pfff die ist jetzt nie so wirklich ne die ist es nicht so wirklich ne die ist es nicht so wirklich ne ne ich weiß mal wie ich es da schon mal kann man da jetzt im Prinzip ständig drauf klicken äh ich produziere zu wenig Larven ja toll hm ich hätte gerne millionen hunds aber das wird wohl nicht mehr wahr werden hoffentlich das sagen die achievement points die achievement points sagen dass ich schon wieder einiges habe 2 days ago aber noch gar keine Zeit hat oder details 1 million hives das wird auch noch einen Moment dauern glaube ich Quadrillion das wird alles nächste Quadrillion und den 5. Nexus werde ich auch nicht so schnell machen also heute nicht mehr eher so frühestens morgen würde ich sagen 20 Minuten bis zum nächsten Warp hm hm ne ne ich kaufe das tut sie jetzt nicht mehr so viel ah ne ich könnte das kaufen ne das kaufe ich nicht ich kaufe erstmal noch 5000 davon das passt dann schon das passt dann schon das passt dann schon hm 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 was war denn was war der NO überhaupt ähm das war Billionen das waren Quadrillionen Sextillionen Quintillionen irgendwie irgendwie wissenschaftlichen Funktionen zu stellen ist das einfach nur scheiße ich mein jemand der minimal anderen hat schreibt sowas halt einfach mal aus ne weil man hat doch DIN A3 Blätter oder DIN A1 eher hm ich glaube DIN A1 ist eher praktisch für sowas gut gut dann würde ich sagen ich mache jetzt nochmal ein kurzes Päuseln und dann gehen wir nochmal auf Time Warp und ich hätte hier einfach mal weiter 64 Stück weil das lohnt sich fast schon dann können wir nochmal kurz was machen und dann lasse ich es einfach wieder für 2-3 Tage laufen das wird also auf jeden Fall schon mal nach 2 Tagen nicht gelöscht das ist doch schon mal ein Anfang das ist schon mal gut zu wissen ja dann bis gleich und so ne das Upgrade kobe ich jetzt noch nicht soo dann gehts gleich nochmal spannend weiter spannend wenn sie was noch langweiliger wäre für Call of Duty zu spielen sooo wir haben wieder ein bisschen Zeug weil ich 2 Stunden aber keine 2 Stunden das Spiel lügt mich an vielleicht so darf ich die gleich upgraden nein darf ich nicht cool wie der sagt nein aber ich kann mehr davon achten das ist auch schon mal was gut wir upgraden die mal für später ja es ruggelt leicht liegt an der fetten Grafik soo eine Billion sind 10.000 dann machen wir erstmal den hier und dann holen wir uns auch 30 Millionen und machen wir auch mal das hier dann klar wir können es uns ja leisten so 1,7 nehmen mit äh 10Qi ja komm das haben wir noch äh das ist aktuell nix das ist auch nix das ist auch nix scheiß bedreck 300.000 hm wär schon toll aber das geht nicht ne dann hab ich hier wieder nix mehr äh ja 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 kostet nix also nur 2.000 also fast schon billig so ne überlegungen hätte ich nicht so viel ne ich hab für die zukunft so ähm ich geb mir mal noch 15 Minuten und dann werd ich auch gleich den Schluss machen so geb mir hier mal 1.700 ne 13.000 ne 1.700 bisschen wenig das lohnt sich ja gar nicht so ne das ist immer noch zu wenig auch noch zu wenig scheiße da bau ich erstmal eine Million was bräuchte ich denn als Archivment überhaupt noch so äh das ist ne sehr gute Frage kann ich mir noch ein Archivment holen wahrscheinlich nicht ne ne das dauert noch nie zu lange ne 1.000.000 Hives ne wird heute nicht mehr passieren ne ne ich glaub nicht ne 1.000.000 Gubens ah aber ich bin grad erst bei ne ich bin nicht bei Gubens hmm ich hätte das ach scheiße ich will aber keine 1.1 Millionen machen das ist zu viel wir wollen ja mal ein bisschen sparsam sein was würden wir so tun als wäre ich sparsam bin sehr sparsam deswegen spiel ich das spiel so aber am Ende hättest du 1.000.000 Gubens sehr gut äh was würde ich dir das war der witzig arm boah dann geben wir uns nochmal 44.000 1.000 wir haben es ja hm 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 16 vielleicht doch nicht scheiße so brauchen braucht die noch irgendwie ja ein bisschen mehr das ist ungefähr 27.000 ich hab das Gefühl das liegt außerhalb meiner Möglichkeiten aktuell das ist nicht innerhalb der nächsten 10 Minuten ne gut beim nächsten mal sollte ich dann genug haben um den nächstes 50 bauen hm da kriege ich fast schon eine Energie Sekunde hey ich könnte noch mehr davon bauen aber es lohnt sich dann auch irgendwie nicht mehr weil das nicht immer weiter abnimmt hm hm oh das macht sogar noch was aus ne gut sollte man das annehmen was macht das überhaupt hm hm ja ja man merkt fast schon dass das einen Unterschied macht oh ist jetzt die Frage abbreite ich das Zeug noch oder lass ich es länger laufen lassen wird es sich loben das zu upgraden hm 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 Aber schön, dass wir darüber geredet haben. So, jetzt dauern alle noch. Dann würde ich sagen, wir lassen es jetzt einfach wieder mal für 24 Stunden oder zwei Tage laufen. Ach, es waren noch keine zwei Tage. Das Spiel verarscht mich. Zwei Millionen, das ist halt fast schon nicht mehr erwähnenswert. Noch eine Million. Klassische Einheit. So, gut, dann würde ich sagen, wir kaufen das noch, aber wenn es vorüber geht, reduziert. Aber bei zwei Tagen wäre es halt schon ein bisschen wegkaufen, das. Gehen wir mal von 3000 oder machen wir 4000. Gut, wir kaufen noch ein bisschen hier Swarmlings. Und dann hast du das ja heute. Spannendes Spiel, ich weiß. Würde ich mir stundenlang immer wieder einen Endloschleip an. Nein, würde ich nicht. Egal, Karl, das war es für heute mit Swarm Simulator. Ich mache dann irgendwie in zwei Tagen oder so weiter. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen wartet.